So, gerade Kraken gesüchtet. Und jetzt mit der kleinen Kutsche dahin. Kann man die Kraken graben? Ja, es ist gerade Platz für uns, glaube ich, frei geworden, oder? Oh, verdammt. Ich bin noch nicht ganz dicht, ey. Keine Munition! Ah, da sind die Munitionskästen. Die Pompi sind dran. Ich sollte Kanonenkugeln mitnehmen, ne? Ähm, wir haben kaum Kanonenkugeln. Pisschen! Ich bin tot! Warum bin ich tot? Ja, einfach so. Ich auch. Einfach so. Sack, weg! Na, war ja ein kurzes Vergnügen. Boah! Was hatten wir denn? Was hatten wir denn? Wir hatten den so, boah! Was? Na cool, ich hab mir Erfolg gekriegt, weil ich gequatscht hab hier. Ja, ich will auch! Ja, ich will auch! Ja. Hä, wieder fährt unser Boot. Ähm. Ja. 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 Da. Ja. 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 Ich hab's gerade voll die Breitseite von den Kragen. Ich hab' den Kragen gekriegt. Ich glaube, gleich gehen wir einen drauf. Das Problem ist, wir kommen auch so schnell nicht hin. Komm, ich lenke doch einfach hin. Da drum zu nicht Feuer drauf. Ja, wie denn? Das ist das schwarze Wasser da. Kannst du nicht. Was ist das hier? Du kannst nicht fliegig fahren. Oh, der hat den umwickelt. Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Geil! Wolltest du ein Stück kraten? Hier! Wolltest du ein Stück kraten? Sollten wir denen helfen? Ähm, ich hab den Kraken ins Wasser gekotzt. Oh, oh, oh! Wie dramatisch! Wie dramatisch, ne? Kann man nicht gut haben. Das leuchtet ja jetzt so. Das sind Krakenreste. Ähm, warum ist hier Wasser? Ausgekragt! Geil! Was war das? Wozu Henker ist hier die Holz... Ja, direkt vor meiner... Oh, oh! Äh, wenn wir wegfahren können, sollten wir wegfahren. Weil wir haben kein Holz mehr so. Jetzt gehen wir alle wieder ihre Wege hier. Wie winkt man? Ich wollte schon hinzuwinken. Ich versteh dich grad ein bisschen schlecht. Das heilt so bei dir. Wieso heilt das? Nein, nicht bei dir, bei ihr. Ach so. Ja. Ähm... Ah! Schnell! Die Kraken-Töter! Nein. Nur ein Genie beherrscht das Chaos. Äh, haben wir grad den Kraken besiegt? Wir, glaub ich ehrlich. Ich glaub, die meiste Arbeit haben die da hinten gehabt. Also ich hab nur einen Tentakel ein paar Mal abgeschossen. Und der ist draufgegangen. Weil der da hinten die restlichen alle hatte. Eine Handvoll Münzen hab ich gekriegt. Ich will aber mehr. Ähm, wir kriegen Besuch. Ich glaube, die Kollegen hier haben noch nicht genug. Die haben noch ein bisschen Munition über. Jupp. Ich glaube... Ich glaub, die haben Bock. Ich glaub, die wollen uns natzen. Da, die Segel gehen rum. Nö, nö. Die fahren ab. Äh, nein. Das sieht nicht so aus. Ich hab nur die Säge gesehen. Okay. Hier sind die scheiße eingerengt. Ich glaub nicht, dass die hinkommen. Ja, ich glaub, der fand das nicht so witzig, als wir da gerade herangefahren sind und ich da eine Kugel rüber gefeuert hab. Ja. Ja, ich hab jetzt auf die Tartale geschossen. Ich hab seit dem Boot nicht einmal getroffen. Boah, ich hab ein paar Mal auf die Boot geschossen. Oh ja. Wenn wir noch weitermachen wollen, müssen wir looten. Ja, ich wollte gerade da vorne in die Insel, rechts. Unsere Fässer sind leer. Wir haben kaum Holz, kaum Kugeln. Das, äh, wir hatten hier noch nie wirklich Kugelngrat. Nö, noch weniger. Ja, wir haben ja gehört, die kleinen Insel sind meist die besten. Anker? Hm. Ja, du bist, du machst den Anker bei dir. Hm. Ha, guck mal, genau in der Reihe geparkt. Für die Kanonen. Oh, der Captain gehört mir. Hey, Captain. Der bleibt ja so stehen, der Hampelmann. Alter, geh doch mal drauf, du. Krass. Da hab ich mir ja gut Geld gegeben schon. Was? Hast du mal eine Lootkiste mitgenommen? Nö. Hab ich eben gefragt, ob du so eine hast. Ja, ich hatte eine. Die hatte ich hier oben auch... Ja, wo wir gestorben sind. Hat aber eine Lootkiste gehabt, wo ich alles so... Von der, von der Insel eben auch mitgenommen hab. Oh, hier ist noch ein Leck. Hier liegt eine im Sand. Wo man alles reinpacken kann? Ja. Na gut, ich mach erstmal die Löcher hier oben dicht. Ich hab die jetzt erst noch mitgenommen. Also auch der Vorteil, die oberen Löcher, kommt so kein Wasser rein. Ach, hier ist das noch voll. Ach, das ist schon geil. Mit vier Kanonen. Guck mal, wo unser Kollege, ob hier noch einer in der Nähe ist. Oh, der Schippert da hinten noch rum. Oh, schon lustig. Wir schießen ein paar Mal auf die Tentakeln und kriegen dann auch noch den Erfolg, dass wir den besiegt haben. Ja, ich hatte den schon. Ich nicht. Ja, ich glaube, der kommt hier hin. Jupp. Von Daxen oder was? Hä? Abhängung? Äh, Chance haben wir garantiert nicht. Wo dreht der doch noch weg? Der ist gerade. Der klappert die Insel neben uns ab. Die sind wie sowieso Pferd. Ich glaube, wir kommen hier heil raus. Ich habe auch nur begleitet. Aber die Lasten. Aber die Lasten mich immer unbegleitet. Ja, die haben gewendet. Die haben euch gesehen, wie die Segel hier gingen. Ja, bei mir genauso. Wie die Segel hier gingen. Wie bei mir um einer Frau. Ex-Frau. Die lassen sie auch nicht alleine. Ich bin der. Ich bin der. Die true. Sie haben viele Sorry.